Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir eines der Abenteuer von Tom Sawyer. Möchtest du keines unserer Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. 28. Kapitel Das Abenteuer des Tages quälte Tom nachts im Traum. Manchmal hielt er den Schatz in Händen, manchmal zerranne ihm zwischen den Fingern in nichts, bis ihn der Schlaf verließ und das Erwachen ihn von der schrecklichen Wirklichkeit seiner Lage überzeugte. Als er am frühen Morgen die Einzelheiten seines Abenteuers überdenkend dalag, erschienen sie ihm immer undeutlicher und unklarer, als wenn sie sich in irgendeiner anderen Welt ereignet hätten oder in längst vergangener Zeit. Dann schien ihm das große Ereignis wie ein Traum. Es sprach sehr viel dafür, namentlich, dass die Menge Geld, die er gesehen hatte, gar zu groß schien, um wirklich existieren zu können. Er hatte nie mehr als 50 Dollar in einem Haufen gesehen, und wie alle Jungen seines Alters und seiner Lebenslage glaubte er, dass alle Hunderte und Tausende nichts anderes seien als glänzende Redensarten, und dass eine solche Summe in Wirklichkeit gar nicht denkbar sei. Nicht einen Augenblick hatte er gedacht, dass ich in irgendjemandes Besitz eine solche Summe wie 100 Dollar war, finden könne. Wenn er sich seine vergrabenen Schätze vorstellte, rechnete er höchstens mit einer Handvoll Schillinge. Aber die Einzelheiten seines Abenteuers traten ihm, je mehr er daran dachte, umso schärfer und klarer vor die Seele. Und plötzlich ertappte er sich über dem Gedanken, dass möglicherweise doch nicht alles ein Traum gewesen sei. Diese Ungewissheit musste abgeschüttelt werden. Schnell wollte er sein Frühstück hinunterschlingen und dann Huck aufsuchen. Huck saß auf dem Rande eines Bootes, seine Füße ins Wasser baumeln lassend und mit sehr melancholischem Gesichtsausdruck. Tom beschloss, Huck selbst auf den Gegenstand kommen zu lassen. Tat es nicht, dann war alles ein Traum gewesen. Ola, Huck! Morgen, Tom! Minutenlanges Stillschweigen Tom, hätten wir den verdammten Spaten oben beim Baum gelassen, hätten wir's Geld bekommen. Ach, es zum Verrückt werden! Es war also kein Traum, es war kein Traum. Möcht fast, es wär einer gewesen. Was ist kein Traum? Oh, die Geschichte von gestern. Dachte halb's wär einer gewesen. Traum! Wär die Treppe nicht gebrochen, hättest du was von einem Traum erleben können. Hab die ganze Nacht von dem verdammten grünäugigen Spanier geträumt, wie er auf mich losging. Der Henker, hol ihn! Nicht hol ihn, find ihn, find's Geld! Tom, wir wollen ihn lieber nicht wiederfinden. Mich würds schütteln, wenn ich bloß wieder zu sehen kriegte. Gut, so tu ich's. Möcht ihn schon sehen und ihm nachschleichen. Nach Nummer zwei. Ja, Nummer zwei, das ist's. Denk immer fort drüber nach, aber ich kann's nicht rauskriegen. Was denkst du? Weiß nicht, ist zu tief. Sag, Hack, können's nicht die Nummer zwei von einem Haus sein? Oh, Tom! Nein, das ist's nicht. Wenn's ist, ist's doch nicht hier im Dorf. Hier gibt's keine Nummern. Ja, das ist wohl so. Lass mich eine Minute denken. Hey, ist die Nummer von einem Zimmer. In einem Wirtshaus, weißt du? Oh, das ist's, das ist ein Kniff. Es gibt aber nur zwei Wirtshäuser. Wir können's leicht finden. Wart ihr, Hack, bis ich wiederkomm. Im Nu war Tom verschwunden. Er wollte sich auf offener Straße nicht mit Hack sehen lassen. Eine halbe Stunde war er fort. Er fand, dass im besseren Wirtshaus Nummer zwei seit langer Zeit von einem jungen Advokaten bewohnt war und noch wurde. Im anderen Wirtshaus war Nummer zwei in geheimnisvolles Dunkel gehüllt. Der Sohn des Wirtes sagte, dass sie stets geschlossen halten werde und dass er nie jemand habe hineingehen oder herauskommen sehen. Ausgenommen zur Nachtzeit. Näheres wusste er nicht. Er selbst habe schon den Gedanken gehabt, es spuk in dem Zimmer und schließlich wusste er nichts von einem Licht darin in der letzten Nacht. Das hab ich alles rausgekriegt, Hack. Ich denke, es ist die Nummer zwei, die wir brauchen. Denk auch, Tom. Und was willst du jetzt tun? Lass mich nachdenken. Tom dachte lange nach. Dann sagte er, du willst dir sagen, die Hintertür von Nummer zwei geht auf den Gang zwischen Wirtshaus und der alten Mauer. Nun sollst du alle Schlüssel, die du auftreiben kannst, zusammentragen und ich will alle die von meiner Tante nehmen. Und in der ersten dunklen Nacht wollen wir hineingehen und sie versuchen. Und dann sollst du auf Joe aufpassen, weil er doch gesagt hat, dass er hier eine Gelegenheit für seine Rache aushorchen will. Wenn du ihn siehst, folgst du ihm. Und wenn er dann nicht nach Nummer zwei geht, dann ist's nicht der rechte Ort. Herrgott, ich wach's nicht, ihm zu folgen. Ach, Unsinn. Bei Nacht ist's sicher. Er braucht dich ja nicht zu sehen. Und wenn er's tut, denkt er sich nichts dabei. Na, ist gut. Wenn's dunkel ist, denke ich, folg ich ihm. Ich werd's versuchen. Aber sicher, Hack. Und wenn du nicht gut aufpasst, wird's nichts. 29. Kapitel Nachts waren Tom und Hack bereit für ihr Abenteuer. Bis nach neun Uhr trieben sie sich in der Nachbarschaft des Gasthofes herum. Einer stets den bewussten Gang aus einiger Entfernung bewachend, der andere die vordere Tür. Niemand passierte den Gang. Niemand, der dem Spanier ähnlich gesehen hätte, passierte die Tür. Die Nacht versprach, klar zu werden. So ging Tom nach Hause mit der Verabredung, dass, sollte sich der Himmel noch bewölken, Hack kommen und miauen solle, worauf er wieder herauskommen und die Schlüssel probieren würde. Aber die Nacht blieb klar. Hack beschloss seine Wacht und zog sich gegen zwölf Uhr zum Schlafen in eine leere Zuckertonne zurück. Am Dienstag hatten die Jungen ebenso wenig Erfolg, auch am Mittwoch, aber die Donnerstagnacht ließ sich besser an. Tom schlüpfte zu guter Zeit mit der alten Blechlaterne seiner Tante und einem großen Tuch zum Zudecken aus dem Haus. Er versteckte die Laterne in Hacks Zuckertonne und die Wache begann. Eine Stunde vor Mitternacht wurde das Gasthaus geschlossen und seine Lichter, überhaupt die einzigen, erloschen. Kein Spanier hatte sich gezeigt. Niemand war im Gange gesehen worden. Alles versprach einen günstigen Erfolg. Absolute Finsternis herrschte. Die tiefe Stille wurde nur zuweilen von fernem Donner unterbrochen. Tom holte seine Laterne, hüllte sie fest in das Tuch und die beiden Abenteurer tasteten sich in der Finsternis dem Wirtshaus zu. Huck blieb als Schildwache zurück. Tom begab sich weiter den Gang hinauf. Dann folgte eine Zeit ängstlicher Erwartung, die gleich einer schweren Last auf Hucks Geist lastete. Er begann zu hoffen, es möge sich wenigstens ein schwacher Schimmer von der Laterne zeigen. Es hätte ihm Furcht eingejagt, aber wenigstens hätte es ihm gezeigt, dass Tom noch am Leben sei. Stunden schienen vergangen, seit Tom verschwunden war. Sicher war er verunglückt. Vielleicht war er gar tot. Vielleicht war sein Herz vor Schreck und Aufregung gebrochen. In seiner Unruhe ließ sich Huck immer mehr den Gang hinauflocken, alles Mögliche unheilwitternd und jeden Augenblick in Erwartung eines schrecklichen Unglücks, das ihn das Leben kosten werde. Es gehörte vielleicht nicht mehr viel dazu, denn er schien nur mehr fähig, Fingerhutportionen Luft einzuatmen und sein Herz musste bald springen, so heftig schlug es. Plötzlich blitzte vor ihm ein Licht auf und Tom kam herangerast, ihm zurufend, Fort, fort, wenn dir dein Leben lieb ist. Er brauchte nicht zu wiederholen. Einmal war genug, Huck rannte mit 30 bis 40 Meilen Schnelligkeit, ehe Tom noch ausgesprochen hatte. Die Jungen standen nicht eher, als bis sie den Schatten des Schlachthauses am entferntesten Ende des Dorfes erreicht hatten. Im Moment ihrer Ankunft an diesem geschützten Ort begann der Sturm einzusetzen und Regen stürzte nieder. Sobald Tom wieder atmen konnte, sagte er, Huck, es war schrecklich. Ich versuchte zwei Schlüssel, so leise ich konnte, aber die schienen noch nen mächtigen Spektakel zu machen, das ich ganz atemlos vor Schreck war. Na, ohne zu wissen, was ich tat, drückte ich auf den Griff und die Tür sprang auf. Sie war gar nicht zu. Ich trat ein und hob das Tuch auf und beim Geist des großen Cäsar... Was? Was sahst du, Tom? Huck, ich wäre beinahe auf die Hand des Indianer-Joe getreten. Nein! Ja! Er lag da auf dem Boden, fest schlafend, das alte Pflaster über dem Auge, die Arme weit ausgebreitet. Herrgott, was tatst du? Wachte er auf? Huck, kein Gedanke. Denk, er war besoffen. Ich raffte schnell das Tuch auf und rannte davon. Na, hätte gewiss nicht an das Tuch gedacht, glaube ich. Na, ich wohl. Meine Tante hätte mich schon dran gekriegt, wenn ich's verloren hätt. Sag, Tom, hast du die Kiste gesehen? Huck, ich hab mir keine Zeit genommen, mich lang umzusehen. Weder die Kiste hab ich gesehen, noch's Kreuz. Nur ne Flasche und nen Zinnbecher auf der Erde beim Indianer-Joe hab ich gesehen. Und dann zwei Fässer und jede Menge Flaschen. Weißt du jetzt, warum die Bude verhext ist? Na? Na, mit Schnaps ist sie verhext. Ob all die Temperenzler-Gasthäuser so ne verhexte Bude haben? Hä, Huck? Na, ich denk wohl. Wer hätt aber sowas gedacht, aber, sag Tom, ist jetzt nicht ne verwünscht gute Gelegenheit, die Kiste zu erwischen, wenn Joe doch betrunken ist? Teufel auch. Versuch's. Huck schauderte. Na, ich denk doch nicht. Na, ich auch, Huck. Bloß eine leere Flasche ist bei Joe nicht genug. Wären's drei gewesen. Wär wohl besoffen genug und ich tät's. Langes, nachdenkliches Schweigen. Dann sagte Tom, will dir was sagen, Huck. Wollen wir die Sache nicht wieder probieren, wenn wir nicht wissen, dass Joe nicht da drin ist? Zu grässlich. Wenn wir jede Nacht Wache halten, ist's todsicher, dass wir ihn mal rausgehen sehen. Dann ist's ne Kleinigkeit, die Kiste rauszuholen. Mir ist's recht. Werd die ganze Nacht warten und so jede Nacht, wenn du dann das andere machen willst. Oh, schon gut. Werd's schon machen. Alles, was du tun sollst, ist, dass du kommst und wirfst ne Handvoll Erde ans Fenster. Dann werd ich schon aufwachen. Jetzt, Huck, scheint mir's Wetter ist vorüber. Ich werd nach Hause gehen. In ner halben Stunde wird's Tag. Geh zurück und wach noch so lange. Willst du? Er sagte, ich würd's tun und so werd ich, Tom. Ein ganzes Jahr werd ich jede Nacht wachen. Ich schlaf den ganzen Tag und nachts halt ich wache. Ist gut, aber wo willst du jetzt schlafen? Auf Ben Rogers Heuboden. Er lässt mich und auch seinen alten, schwarzen Onkel Jack. Onkel Jack hab ich Wasser geholt, wenn er's verlangt hat und manchmal, wenn ich ihn bitte, gibt er mir zu essen, wenn er was über hat. Ist'n verdammt feiner, schwarzer Tom. Er liebt mich, weil ich nie tu, als ständig über ihm. Manchmal hab ich mich richtig hingesetzt und mit ihm gegessen. Aber sag's niemand, wenn man schrecklich hungrig ist, tut man wohl was, kümmert man sich den Henker um was. Na, Rock, werd dich tags nicht stören. Kannst ruhig schlafen und wenn du was siehst nachts, komm nur gleich und miau. 30. Kapitel Das Erste, was Tom am Freitagmorgen vernahm, war eine freudige Nachricht. Familie Thatcher war in der Nacht vorher zurückgekommen. Beides, Joe und der Schatz, sanken für den Augenblick zu sekundärer Bedeutung herunter und Becky nahm Toms ganzes Interesse in Anspruch. Er sah sie und sie verlebten wundervolle Stunden mit einigen Schulkameraden, blinde Kuh und fangspielend. Der Tag war tadellos und wurde in ganz besonders befriedigender Weise beschlossen. Becky erbettelte von ihrer Mutter die Erlaubnis, den nächsten Tag für das langversprochene und langersehnte Picknick festzusetzen und diese willigte ein. Das Entzücken der Kinder war grenzenlos, Toms nicht am wenigsten. Noch vor Sonnenuntergang wurden die Einladungen versandt und das gesamte junge Volk im Dorf geriet in ein wahres Fieber von Vorfreude und angenehmer Erwartung. Tom wurde durch seine Aufregung bis zu später Stunde wachgehalten und hoffte beständig, Hack Miauen zu hören und am nächsten Tage Becky und alle Teilnehmer am Picknick mit seinem Schatze in Erstaunen setzen zu können. Aber er wurde enttäuscht. Kein Zeichen ließ sich hören. Endlich brach der Morgen an und um zehn oder elf Uhr versammelte sich eine ausgelassene, freudestrahlende Gesellschaft bei Thatchers. Alles war zum Aufbruch bereit. Es war nicht die Gewohnheit der Erwachsenen, Picknicks mit ihrer Gegenwart zu stören. Man glaubte die Kinder unter den Fittichen von ein paar jungen Damen von 18 und ein paar jungen Herren von 23 oder so sicher genug. Das alte Dampfboot war für die Gelegenheit gemietet worden. Bald war der ganze Weg von der lustigen mit Vorratsbeuteln bepackten Bande erfüllt. Sid war krank und hatte zu Hause bleiben müssen. Mary blieb gleichfalls, um ihm Gesellschaft zu leisten. Das letzte, was Mrs. Thatcher zu Becky sagte, war, komm nur nicht zu spät zurück. Vielleicht wird's besser sein, Kind, du bleibst zur Nacht bei einem von den Mädchen, das näher bei der Überfahrt wohnt. Dann bleib ich bei Susi Harper, Mama. Schon gut und benimm dich ordentlich und treib keinen Unsinn. Sobald sie fort war, sagte Tom zu Becky, du, ich will dir sagen, was wir tun. Statt zu Joe Harper zu gehen, klettern wir auf den Hügel rauf und gehen zur Witwe Douglas. Sie hat sicher Eiscreme. Sie hat fast immer was, einen ganzen Haufen und sie wird sich schrecklich freuen, uns zu haben. Ach, das wird schön werden. Dann dachte Becky einen Augenblick nach und sagte, aber was wird Mama sagen? Woher soll sie's denn erfahren? Das Mädchen überlegte sich die Sache und sagte zögernd, ich denk doch, es ist Unrecht, aber, aber, Unsinn, deine Mama erfährt's nicht, was schad's also? Sie will doch nur, dass du irgendwo gut aufgehoben bist und glaub mir, sie wird's selbst gesagt haben, du sollst dahin gehen, wenn sie nur dran gedacht hätt, ich weiß sie hätt. Die glänzende Gastfreundschaft der Witwe Douglas war ein verlockender Köder. Das und Tops Beretsamkeit behielten die Oberhand. So wurde beschlossen, niemand was von dem Programm für die Nacht zu sagen. Plötzlich fiel Tom ein, H. könne gerade in dieser Nacht kommen und das Zeichen geben. Der Gedanke machte ihn ein wenig nachdenklich. Schließlich konnte es aber doch nicht übers Herz bringen, das Projekt mit der Witwe Douglas aufzugeben. Und warum sollte er es aufgeben? War das Zeichen in der letzten Nacht nicht gekommen, warum sollte es dann wohl gerade in dieser Nacht kommen? Die Aussicht auf das sichere Vergnügen des Abends schlug die Unbestimmte auf den Schatz aus dem Felde. Und wie Kinder sind, er beschloss, ganz der stärkeren Anziehungskraft zu folgen und sich während des ganzen Tages kein Gedanken an das Geld zu gestoppen. Drei Meilen unterhalb des Dorfes legte das Dampfboot an einem bewaldeten Hügel an. Die Gesellschaft schwärmte hinaus und bald halten die entlegensten Teile des Waldes und die unzugänglichsten Höhen von Geschrei und Lachen wieder. Alle Mittel, heiß und müde zu werden, wurden gewissenhaft angewandt und allmählich strömten alle Ausflügler zurück zum Lager mit tüchtigem Hunger ausgestattet. Und dann begann die Vernichtung der guten Sachen. Nach dem Frühstück wurde eine erfrischende Ruhepause im Schatten breitästiger Eichen gemacht. Dann rief auf einmal jemand, wer will mit zur Höhle? Und alles wollte. Bündel von Kerzen wurden zusammengerafft und geraden wegs hinauf auf den Hügel. Die Mündung der Höhle war hoch oben, ein offenes Tor in der Form des Buchstabens A. Die massive eichene Türe stand offen. Dahinter tat sich ein kleiner Raum auf, kalt wie ein Eiskeller und von der Natur durch solide Kalkmauern eingefasst, die von kalter Feuchtigkeit bedeckt waren. Es war romantisch und geheimnisvoll, hier in tiefer Dunkelheit zu stehen und auf die grünen, in der Sonne glänzenden Laubmassen hinaus zu schauen. Aber der überwältigende Eindruck nahm schließlich doch bedeutend ab und das Umhertollen begann wieder. Jeden Augenblick wurde eine Kerze angezündet, dann stürzte sich alles auf den, der sie trug und ein Kampf und mutige Verteidigung folgten. Aber die Kerze war bald zu Boden geschlagen oder ausgeblasen und dann gab's allgemeines Gelächter und eine neue Jagd. Aber alles hat ein Ende. Allmählich begab sich der Zug tiefer in die Höhle hinab. Immer tiefer, wobei der flackernde Schein der Lichter die mächtigen Felswände fast bis zu ihrer vollen Höhe von 60 Fuß ungewiss beleuchtete. Der Weg war hier nicht mehr als acht oder zehn Fuß breit. Alle paar Schritte taten sich noch engere höhere Gänge nach beiden Seiten auf, denn die Douglas Höhle war nichts als ein wildes Labyrinth von verzweigten Gängen, die überall auseinander liefen, um sich doch immer wieder zu treffen. Man sagte, es könne jemand viele Tage und Nächte durch dieses unglaubliche Gewirr von Gängen und Spalten irren, ohne jemals das Ende der Höhle zu finden. Und dass er tiefer und immer tiefer bis in den Mittelpunkt der Erde dringen könne und es wäre doch immer dasselbe. Labyrinth unter Labyrinth und nirgends ein Ende. Niemand kannte die Höhle. Das war unmöglich. Die meisten der jungen Leute kannten einen Teil davon. Und so leicht wagte sich niemand über diesen bekannten Teil hinaus. Tom Sawyer kannte so viel von der Höhle wie alle anderen. Ungefähr dreiviertel Meilen marschierte man in geschlossenem Zug durch den Hauptgang. Dann begangen sich einzelne Haufen und Paare seitwärts in die Nebengänge zu zerstreuen durch die unheimlichen Gänge laufend um sich schließlich zu gegenseitiger Überraschung an irgendeinem Punkt wieder zu treffen. Man konnte wohl eine halbe Stunde auch hier im bekannten Teil herumstreifen ohne einander zu begegnen. Schließlich kam Paar auf Paar zur Höhle zurückgeschlendert mit Talg bespritzt, kalt beschmiert und ganz berauscht von den Herrlichkeiten des Tages. Dann waren alle ganz überrascht, dass sie so wenig auf die Zeit geachtet hatten und es schon fast Nacht war. Schon seit einer halben Stunde hatte die Schiffsglocke zum Aufbruch gemahnt. Indessen auch diese Art die Abenteuer des Tages zu beschließen war romantisch und deshalb befriedigend. Als das Dampfboot mit seiner ausgelassenen Fracht vom Ufer abstieß, kümmerte sich niemanden und Deut um die versäumte Zeit, außer dem Kapitän. Ark befand sich bereits auf seinem Wachposten, als die Lichter des Dampfbootes an der Landungsstelle vorbeiglitten. Er hörte keinen Ton an Bord, denn das Volk war so zahm geworden, wie man zu seinen pflegt, wenn man sich halbtot gehetzt hat. Er grübelte darüber nach, was für ein Boot das sein möge und warum es nicht am gewöhnlichen Ort anlege. Und dann vergaß er es und richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf seine eigene Angelegenheit. Die Nacht war bewölkt und dunkel. Zehn Uhr schlug's, das Wagen Grassel schwieg, die Lichter begannen zu verlöschen, der Lärm der Fußgänger verstummte nach und nach. Das Dorf ging zur Ruhe und überließ den kleinen Wächter dem Schweigen und den Gespenstern. Elf Uhr schlug's und das Licht im Wirtshaus er er losch. Jetzt herrschte überall Finsternis. Hack wartete, schien ihm sehr lange Zeit, aber nichts geschah. Unruhe überkam ihn, wenn alles umsonst war, wenn er genaht wurde, warum nicht die Sache aufgeben und sich davon machen? Da hörte er eine Stimme. Sofort war er ganz Aufmerksamkeit. Vorsichtig wurde die Gangtür geschlossen. Schnell drückte er sich in eine Ecke an der Mauer. Im nächsten Augenblick huschten zwei Männer vorbei und einer schien etwas unter dem Arm zu haben. Das musste die Kiste sein. So wollten sie also heute den Schatz vergraben. Ob er Tom weckte? Es wäre Wahnsinn gewesen. Die Leute wären mit der Kiste entwischt und niemand hätte sie jemals gefunden. Nein, er wollte ihnen folgen. Er wollte sich unter dem Schutze der Finsternis ihnen an die Fersen heften. So mit sich selbstsprechend kam Hacker vor und glitt hinter den Männern her, leise wie eine Katze, barfuß, gerade so weit von ihnen entfernt, um nicht gesehen zu werden. Eine Zeit lang gingen sie die Flussstraße aufwärts und wandten sich dann durch eine kleine Gasse seitwärts. Immer steil hinauf kamen sie schließlich an den Weg, der nach Cardiff Hill hinaufführte. Diesen schlugen sie ein. Sie kamen am Haus des alten Wallisers vorbei, in halber Höhe des Hügels und stiegen, ohne sich aufzuhalten, immer noch höher. Gut, dachte Huck, sie werden es im alten Steinbruch vergraben. Aber auch da hielten sie nicht an. Sie gingen vorbei, ganz auf den Hügel. Dann schwenkten sie in den Weg durch den großen Sumachwald ein und waren auf einmal in der Finsternis verschwunden. Huck beeilte sich, die Entfernung zu verringern, denn er war sonst nicht mehr im Stande, sie im Auge zu behalten. Eine Weile rannte er vorwärts. Dann hielt er inne, aus Furcht zu weit geraten zu sein, rannte wieder vorwärts und hielt wieder. Heuchte nichts zu hören, nur, dass er das Klopfen seines eigenen Herzens hörte. Der Schrei einer Eule ertönte, unheil verkündend, aber keine Fußtritte. Himmel, hat er sie verloren? Er war im Begriff, Hals über Kopf vorwärts zu stürzen, als jemand nicht vier Fuß vor ihm sich räusperte. Das Herz vorhacken die Kehle, aber er bezwang sich. Und dann stand er da, zitternd, als hätten ihn tausend Fieber auf einmal gepackt und so schwach, dass er gleich umfallen hinzumüssen meinte. Er wusste, wo er war. Er wusste, er war nicht fünf Schritt von dem Zaun entfernt, der zum Grundstück der Witwe Douglas führte. Vom Haus, dachte er, mögen Sie es hier vergraben. Es wird nicht schwer sein, es hier wieder zu finden. Jetzt hört er eine leise Stimme, eine sehr leise Stimme, die des Indianer Joe. Hol sie der Teufel, muss sie gerade heut Gesellschaft haben? Es liegt, so spät es auch ist. Kann ich ziehen. Dies war des Fremden Stimme, des Fremden aus dem Beinhaus. Tödlicher Schreck durchfuhr Hacks Herz, dies war also die Rache. Sein erster Gedanke war auszureißen. Dann erinnerte er sich, wie die Witwe Douglas mehr als einmal freundlich gegen ihn gewesen sei, und wer weiß, ob diese dann nicht die Absicht hatten, sie zu ermorden. Er sehnte sich nach einer Gelegenheit, sie zu warnen, aber er wusste, er könnte es nicht wagen, sie würden ihn kriegen und umbringen. All dies ging ihm in einem Augenblick durch den Kopf zwischen den Worten des Fremden und den nächsten Joes. Weil der Busch dir im Wege ist. So, hierher, kannst du jetzt sehen? Ja, denk auch, ist Gesellschaft da, besser wie geben's auf. Aufgehen, wo ich dies Land für immer verlassen soll? Aufgeben und nie wieder eine Gelegenheit haben? Sag dir noch mal, was ich dir schon mal gesagt hab, brauch ihre Pfennige nicht, kannst du haben, aber ihr Mann war gemein gegen mich oft genug und er war der Richter, der mich zu einem Landstreicher gemacht hat. Uns ist nicht alles, ist noch nicht der Million, Junster Teil davon. Gepeitscht hat er mich, gepeitscht vorm Gefängnis wie ein Negger. Das ganze Dorf konnte sehen, gepeitscht, verstehst du? Er ist mir zuvor gekommen, er ist tot, aber sie soll dran. Bitte ich tüte sie nicht, tust nicht. Töten? Wer spricht von Töten? Ihn wird dich abschneiden, wenn er hier wäre, sie nicht. Wenn man sich an eine Frau rächen will, die muss man an der Fratze packen, schneit ihr die Nase auf und stutzt ihr die Ohren wie einem Schwein. Teufel, behalt deine Meinung für dich, wird's Beste für dich sein, wird sie ans Bett festbinden. Wenn sie sich zu Tode blutet, was kann ich dafür, werd nicht rum heulen, wenn sie es tut. Du, mein Freund, wirst mir dabei helfen. Auf meine Rechnung, hab dich nur dazu mitgenommen, möcht für mich allein zu viel sein. Wenn du davon läufst, hau ich dich zusammen, verstehst du? Und wenn ich dich töte, bring ich sie auch um. Und dann, denke ich, kann keiner rauskriegen, wer das Geschäft besorgt hat. Na, wenn's geschehen muss, rasch dran, je erdest du besser, läuft's an ihn schon über. Jetzt tun? Wo die Gesellschaft da heißt, sollt ihr wahrhaftig nicht trauen, scheint mir nichts da. Wollen warten, bis die Lichter aus sind. Es hat keiner eine. Huck fühlte, dass jetzt Stillschweigen eintreten werde. Schrecklicher als das mörderischste Geschrei. So hielt er den Atem an und zog sich vorsichtig zurück, wobei er die Füße vorsichtig und fest aussetzte, immer auf einem Bein balancierend, tastend und sich auf eine Seite legend, bald auf diese, dann auf die andere. Und dann knackte ein Zweig unter seinen Füßen. Er hielt den Atem an und horchte. Nichts zu hören, vollkommene Stille. Seine Dankbarkeit war grenzenlos. Nun wandte er sich um, so vorsichtig, als wäre er ein Schiff gewesen, und trabte dann rasch, aber vorsichtig davon. Beim Steinbruch angekommen, hielt er sich für sicher. So nahm er die Beine unter die Arme und rannte in gestrecktem Galopp davon. Hinunter, immer weiter hinunter, bis er das Haus des Valesers erreicht hatte. Er klopfte an die Tür und sofort erschienen die Köpfe des alten Mannes und seiner zwei handfesten Söhne am Fenster. Wer spektakelt da? Was für ein Lärm draußen? Was gibt's? Lasst mich ein, schnell, werd euch alles sagen. So, wer ist es denn? Huckleberry Finn, schnell, lasst mich rein. Huckleberry Finn, so, ist ein Name, denke ich, dem sich nicht viele Türen öffnen, aber lasst den Rheinburschen wollen sehen, was er hat. In des Himmels Namen sagt niemand, dass ich euch was erzählt hab. Waren Hacks erste Worte, als er hineingelassen war. Tut's nicht, wird sicher getötet, aber die Witwe ist oft genug freundlich gegen mich gewesen und ich werd's sagen, werd's sagen, wenn ihr versprecht, nicht zu sagen, dass ich's gesagt hab. Bei St. Georg, er hat was zu sagen, oder er täht nicht so, rief der Alte. Heraus damit, und das jetzt niemand sagt, Burschen. Drei Minuten später waren der Alte und seine Söhne wohlbewaffnet oben auf dem Hügel und drangen auf den Zehen in das Sumachfeld ein, die Büchsen in der Hand. Huck begleitete sie nicht weiter. Er verbarg sich hinter einem Felsblock und lauschte. Langes, angstvolles Schweigen und dann plötzlich ein Schuss und ein Schrei. Huck wartete nichts weiter ab. Er sprang auf und rannte den Hügel hinunter, so schnell ihn seine Beine tragen wollten. Das war das neuste Abenteuer von Tom Sawyer. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst und wenn du das nächste Abenteuer nicht verpassen willst, auf abonnieren. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut. los schlaf 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 schlaf